Hallo und herzlich willkommen bei Pokeinvestments, eurem YouTube-Kanal für Pokémon Investment-Tipps. Mein Name ist Manuel und in diesem Video möchte ich einmal die aktuelle Waifu-Lage aufklären, Chancen euch zeigen, die es meiner Meinung nach gibt und auch ein bisschen so erklären, wie ich denn überhaupt zu dieser Thematik stehe und wie ich auch zu dieser hingelangt bin. Ihr habt den Titel gelesen, Nach dem Hype ist vor dem Hype. Dieser Graph ist eigentlich sinnbildlich für den Waifu-Hype, was er ausgelöst hat. Gut, man muss sagen, Ruler of the Black Flame, als es rauskam, war der Hype am höchsten, so ähnlich wie beim Waifu-Hype. Als der angefangen hat, gab es diesen Peak, den können wir jetzt mal hier sehen, quasi so verbildlicht, und dann ging es ganz tief nach unten, ganz, ganz tief nach unten. Und das heißt, man hat nicht nur 100% teilweise an Marktwert verloren mit seiner Karte, die beispielsweise 300 war, mitten im Hype, also 300 Euro wert, sondern dann auch 200, heißt plötzlich ist sie nur noch 100 Euro wert. Und ich bin in diese Thematik reingekommen, gerade durch den Hype. Relativ früh habe ich mich da aber dann auch schon näher mit beschäftigt, und durch einen YouTuber, den ich sehr empfehlen kann, der müsste Collect Pokémon heißen, bin ich auf die Thematik relativ früh aufmerksam geworden. Und habe mich dann mit VMAX Climax Displays eingedeckt gehabt und habe dann an diesem Hype auch partizipieren können, weil VMAX Climax hat sehr, sehr viele Waifu-Karten auch beinhaltet. Habe dort viele Karten gekauft, also wenn ihr da meine Karten auch mal sehen wollt, dann schreibt das gerne jetzt schon mal in die Kommentare. Kann ich gerne machen. Und ich habe viele Karten sehr, sehr günstig geschossen oder schießen können, weil ich halt relativ früh dran war. Aber ich habe mich auch schon verbrannt. An einer Karte, die ich euch vielleicht dann auch mal zeige, wenn ihr die sehen wollt, von der ich mega stark überzeugt bin, ist halt eine Waifu-Karte. Und ich habe die sehr, sehr teuer verhältnismäßig eingekauft und die ist ordentlich jetzt nach unten gecrasht. So, man muss natürlich lernen, ja, wenn man eine solche Erfahrung, macht, wie ich sie jetzt gemacht habe und die Bergfahrt quasi nach unten auch mitgenommen habe und miterlebt habe, dann ist das natürlich in erster Linie ein bisschen frustrierend. Aber man sieht Learnings, das ist das Wichtigste. Und ich persönlich bin jetzt umso stärker fokussiert auf diese Karten, weil ich auch schon vor dem Hype überzeugt war und es auch nach dem Hype bin. Und jetzt gibt es diese Möglichkeiten, diese Karten, die im Hype extrem stark nachgefragt wären. Ja, es ist jetzt ein Szenario, was es natürlich nicht gibt und was man jetzt auch nicht, ja, belegen könnte, dass es so passieren oder passiert wäre, passieren würde. Das sind alles Mutmaßungen, aber die Waifu-Karten waren sehr, sehr nachgefragt. Und ich möchte euch jetzt erstmal kurz einfach so einen Lagebericht geben von Karten, die momentan sehr, sehr erschwinglich sind, meiner Meinung nach. Und, ja, ich würde sagen, starten wir doch auch einfach mal. Also, die Gita-Karte oder Zagaria-Karte aus Ruler of the Black Flame oder Obsidian Flames, wie man es ja hier in Europa kennt. Ich nenne sie jetzt einfach Gita. Und diese Karte hatte einen Durchschnittswert von 140 Euro zum Release von Ruler of the Black Flame. Die Leute waren extrem doll gehypt. Und diese Karte hat ein schönes Artwork, wie ich finde. Und sehr, sehr schöne Struktur. Ja, das Artwork gefällt mir. Und, ja gut, die Trainerin ist jetzt nicht die beliebteste. Soweit, so gut. Auch diese Karte ist jetzt nicht einfach zu ziehen. Sie hat eine gewisse Rarität. Und die verfügbaren Artikel sind auch nicht so hoch, wie man vielleicht vermuten würde, wenn man weiß, wo Ruler of the Black Flame jetzt gerade steht. Nur zum einfach verdeutlichen, was ich damit meine. Schaut mal. 700 verfügbare Displays. Preise, die anfangen, bei 70 Euro. Was extrem billig ist. Wenn man bedenkt, was da eigentlich drin ist und was man ziehen kann. Ja, man kann da ja auch das Sherrysard ziehen. Und wenn man das vergleicht mit anderen Displays, Violet oder Scarlet, was man da ziehen konnte, da konnte man natürlich, also bei Violet jetzt, eine sehr, sehr krasse Waifu-Karte ziehen, die sehr viel Geld wert ist. Natürlich dann auch nochmal mehr seltener gewesen. Aber ansonsten, gut, es gab auch andere schöne Karten, aber gibt es bei Ruler auch, wie ich finde. Ich finde, dieses Display ist zu stark abgestraft worden. Ja, alles ist momentan sehr bärisch. Und dementsprechend spiegelt das halt auch der Wertverlauf dieses Displays wieder. 70 Euro für mich, no-brainer. Long-term. Ja, es gibt bessere Chancen, wo man reingehen kann, aber zum Diversifizieren, go for it. Das ist jetzt meine Meinung kurz mal off-topic. Wir gehen jetzt zurück zur Waifu-Thematik. Ihr seht, der Preis für diese Karte ist total runtergecrashed. Es gibt die Möglichkeit, für 42,50 Euro diese Karte einzukaufen. So, wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe, und das mache ich auch immer gerne, schaue auf Ebay. Okay, wo liegt die Karte gerade, wie wird sie verkauft? In Japan insbesondere. Man sieht, okay, da sind Preise schon teilweise von 20 US-Dollar oder sowas. Ich weiß nicht, ob er direkt das umrechnet in Euro. Ich glaube, das ist umgerechnet in Euro. Ja, müsste ja, weil es ja hier auch steht. Euro, 21, 24 Euro, kostenloser Versand. Gut, da kommt noch Zoll hinzu. Da sind wir so bei 30, 35 Euro vielleicht. Oder auch weniger. Und ihr seht, das zieht sich hier die letzten Tage und Wochen durch. Hier sind dann auch mal 40 Euro gewesen. Und ich würde sagen, die Karte pendelt gerade zwischen so 30 und 40 Euro. Ob das der Boden ist, das kann man nur mutmaßen. Ich persönlich würde sagen, das Chance-Risiko-Verhältnis ist momentan höher. Also, dass die Chance auf eine Rendite höher ist als auf einen Verlust. Das ist aber nur meine Meinung. Meine subjektive Meinung. Und ja, diese Karte pendelt da jetzt auch schon ein bisschen länger in dieser Preis-Range. Das ist für mich dann eher auch ein Indikator dafür, dass wir vielleicht einen Boden sehen momentan. So, aber diese Karte finde ich tatsächlich noch gar nicht so krass interessant, weil ich da eher drauf bin, mich bei Japan billig einzukaufen. Oder in Japan billig einzukaufen. Eine Karte, die es mir mehr angetan hat, wir haben beachtet, wo sie teilweise lag und für wie viel sie verkauft wurde, ist die Full-Art-Variante. Auch nicht so stark verfügbar, wie man hier sieht. Aber der Preis, und das ist das Entscheidende, ist für mich unerklärlich teilweise. Ich habe diese Karte für 6,99 Euro, das Stück kaufen können gestern. Zwei Stück an der Zahl von einem deutschen Anbieter. Und ich habe auch über den Tag hinweg immer wieder Angebote gesehen für 8 Euro, auch aus Deutschland, von deutschen Anbietern, teilweise gewerblich, die diese Karte für diesen Preis angeben und in den Kartenmarkt reinstellen zum Verkauf. Und da muss man dann nochmal Chancen-Risiko-Verhältnis sich reinziehen. So, klar, wir schauen hier mal nochmal nach Japan und da zeigt sich auch ein starker Wertabfall. Ja, wenn man sieht, ja, die Karte ging auch schon mal bei 30 Euro über den Theken. Hier mit 10, 13 Euro. Hier auch 10. Aber, man muss ja überlegen, das sind nochmal 30 Prozent, die runter sind von, ich sage mal, dem Wert, wo ich jetzt die Möglichkeit hatte einzukaufen. Ich sage, 20 Prozent, weil Versand kommt noch hinzu. Und das ist ja hier aus Japan. So, wenn man wirklich hier die 10 beispielsweise als Referenz nehmen will oder 12. Aber man sieht, die Range hier ist höher. Höher als der Preis, der momentan bei Car Market, gut, das ist hier eine kleine Ausnahme, angeboten wird. Und das ist doch crazy, wie ich finde. Also, richtig krass. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter runter gehe, vielleicht sieht man es, ja, die Karte lag schon viel, viel höher, ja. Einfach, um euch das hier auch nochmal zu zeigen, gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Und das ist brutal, hier für 33 Euro zum Release wurde sie verkauft. Die Zahlbereitschaft ist da auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, wenn wir einen weiteren Hype sehen werden in der Zukunft, ja, die Geschichte wiederholt sich. Ich bin davon überzeugt, dass das irgendwann passieren wird. Ja, die Company tut alles, um auch diesen Hype zu ermöglichen, weil sie immer wieder Chase-Karten a la Waifus in die Sets reinpacken. Bestes Beispiel Rage & Surf, jetzt gerade, ja, wo man die Parasol Lady ziehen kann und das die absolute Chase-Karte des Sets ist. Und das werden sie weiterhin tun. So, darauf ist meiner Meinung nach Verlass. Auch bei 1.5.1 waren die Waifu oder ist die Waifu-Karte von Erika die absolute Chase-Karte. So, lediglich in diesem Set spiegelt sich das halt überhaupt nicht wider. So, und das ist für mich ein Missstand, der hier auftritt, den es gilt auszunutzen, um daraus Profit zu schlagen. So sehe ich das persönlich. Und dementsprechend werde ich mich hier auf jeden Fall weiter eindecken. Wenn ihr auch dazu noch ein Video sehen wollt und die Karten, die ich halt einkaufe, explizit bei Waifus, dann schreibt mir das rein. Diese Thematik ist halt in Europa noch nicht so präsent wie in Ländern, wie zum Beispiel Japan. Ja, wo klar der Waifu-Hip am tollsten ist und die Preise dafür auch am höchsten sind. Und, ja, das muss man natürlich wissen. Dementsprechend mal gucken, wie hoch die Nachfrage nach dieser Thematik ist. Aber nochmal, und da ist wieder der Titel entscheidend dieses Videos, vor dem Hype ist nach dem Hype. Und wenn man ein bisschen spekulativ unterwegs ist, Risiko eingehen möchte, auch für einen schmalen Taler, weil diese Karte mit 7 Euro ist ja nichts, kostet ja nicht die Welt, dann macht es meiner Meinung nach Sinn, sich das auf jeden Fall ein bisschen genauer anzuschauen. Hier haben wir dann eine Karte, ein bisschen weniger verfügbar, aus Triple Beat. Ja, das Display von Triple Beat kostet ein bisschen mehr als Ruler. Ich glaube bei 80 liegt es, ja. Hier haben wir es, 80 Euro. Gut, da haben wir nochmal 10 Euro Differenz. Aber, die Full Art Karte liegt hier beim Vierfachen des Wertes der Kita Karte. Und das Artwork finde ich bei Weitem, wie soll ich das jetzt, Schaman sagen, weniger ansprechen einfach, ja. Ja, um es mal so zu sagen, ich finde es nicht so gelungen. Anders als die Karte hier. Ja, die Absolute Chase Karte aus Triple Beat, die sieht schon sehr, sehr gut aus, wie ich finde, kostet aber auch seine 200 Euro. Zum Vergleich, einer der Chase Karten von Ruler of the Black Flame, auch sehr gelungen, wie ich finde. Hm, die Hälfte, sogar mehr als die Hälfte. Okay, na gut. Ja, klar, die ist seltener, die ist nicht so verfügbar, aber das wird auf langfristiger Sicht auch bei Ruler passieren. Klar, man braucht dann einen längeren Atem. Aber es wird passieren. So, hier hatten wir nochmal das Display. Und jetzt hier die Erika, um euch auch nochmal zu zeigen, was ein beliebter Trainer auslösen kann. Ja, ähnlich wie bei Triple Beat hat man hier jetzt aber allerdings Preise. Und das muss man sagen, äh, bei der Erika Karte von 110 Euro. Die war auch wesentlich teurer, die zum Release 200, 250 Euro. Allein die Full Art und die andere Absolute Chase Karte bei 600, 500 Euro. Also, habe ich ganz oft gesehen. Also, andere Hemisphären nochmal. Ja, ganz, ganz krass. Und da sehe ich auch momentan super Chancen, billig reinzugehen in die Karten. Ja, ich habe momentan noch die Möglichkeit, die, und ich zeige sie euch mal ganz kurz, weil ich sie einfach so schön finde, diese Karte. Von Erika, eine Sekunde, die hier. Ich habe die Chance, diese SAR Karte für 200 Euro zu kriegen. Und das werde ich tun. Ich werde euch da up to date halten, weil dieses Artwork ist mehr als gelungen, wie ich finde. Und 200 Euro sind meiner Meinung nach auch dafür, wie verfügbar diese ist. Wenn man beachtet, wie oft dieses Display verfügbar ist, ein absoluter Schnapper. Ja, also, immer langfristig auch sehen und den Atem haben. Dann kann man da auf jeden Fall momentan, meiner Meinung nach, starke Schnapper schießen, über die man sich dann langfristig freut. Und ihr seht, diese Karte ist momentan auch eher auf dem absteigenden Ast. Weil, ja, der Trend ist eher nach unten. Oder zeigt eher nach unten. Also, da würde ich auch noch ein bisschen warten, ehrlich gesagt. Vielleicht kriege ich sie noch günstiger als jetzt für 100 oder so. Gut, hier gibt es sogar für 75, das ist natürlich krass. Muss man sich immer natürlich auch genauer anschauen bei Ebay. Aber auch eine sehr schöne Karte. Und, ne, wenn man sie auf Japanisch dann, ja, wir reden ja jetzt von japanischen Karten, zu PSA sendet. Und dann eine 10 rausholt. Ja, das Artwork, das ist natürlich sehr entscheidend auch nochmal. Aber wenn man so eine schöne Karte hat, da muss man auch ein bisschen, ja, mit, also so einen Sinn für Ästhetik, glaube ich, mitbringen. Das hat mir in der Vergangenheit auch schon oft geholfen, weil wir sind alles Menschen. Und klar, wenn die Karte gut aussieht, so, dann wollen die Leute sie eher haben, als wenn sie absolut hässlich ist. Ja, muss man ja auch nochmal sehen. Also dieser Aspekt, der spielt auch eine Rolle, klar. Und ja, hier auch wieder ein gutes Beispiel. Diese Karte kostet 120 Euro. Von Miriam aus Violet, die lag auch bei 200 Euro. Wirklich. Also für 200 Euro konntest du die Raw kaufen vor ein paar Wochen. Und jetzt ist sie ordentlich nach unten gecrashed. 100% Wertverlust teilweise. Also geisteskrank. Also wirklich. Und auch da werde ich genauer hinschauen, denn sie ist nicht allzu verfügbar. Und das Artwork gefällt mir, genauso wie von der anderen absoluten Chase-Karte. Ist auch runtergecrashed, aber ist mir noch zu teuer. Und da hatte ich ja hier gezeigt, also, ne, wenn man sie in der 10 hat, da sind andere Preise möglich. Auch jetzt, wobei man sagen muss, das ist jetzt Anfang September hier. Das ist wahrscheinlich eher realistischer momentan. Aber langfristig sehe ich da grün. Und jetzt nochmal zum Abschluss ein kleines, ja, so ein kleiner Bonus-Pick. Habe ich mir ganz, ganz oft zur Seite gelegt, ob ich die sechsmal hier oder so. Und habe die für 25 gekauft, für 20, für 15. Und mal gucken, ob ich sie weiter noch kaufe. Weil ich möchte die auch alle gerne graden lassen. Artwork finde ich super schön. 18 Euro. Die war auch bei 30. Hat sich auch im Wert halbiert. Sollte man genauer angucken. Wenn ihr noch ein Video haben wollt, zu weiteren Karten, die meiner Meinung nach momentan interessant sind. Und die es sich lohnt, anzuschauen. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und ich werde das dann für euch tun. So Leute. Jetzt seid ihr dran. Ihr seid gefragt. Wie seht ihr diese Thematik? Findet ihr das spannend? Oder halt nicht? Schreibt mir das in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018